Was ist das eigentlich auch, dass deine Hände so trocken sind? Ja Das ist voll nervig Hier, hier die Vida Creme nehmen Es ist gar nicht mal richtig kalt und trotzdem sind die Hände so trocken Da ist das Glas Das müsste eigentlich schon alles gewesen sein Wir müssen eigentlich nur noch um zwei Bereiche kümmern Also im Bereich beim T-Rex und der hier unten Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Raum Für unsere Teleport... Oh hier, für die Finanzen hier Ach, ich brauche ein anderes Glas Kacke, wie komme ich jetzt da an? Sag mal, wie komme ich an... Glas Nur ein Glas, kein Glasblock Glas, ganz normal hier unten am... Einfach Sand einschmelzen Ja Runter zum Ambus muss ich dafür, oder? Kann ich sagen Ja, ja, da unten... also zu dem Ofen Ne, also sonst habe ich jetzt hier, das geht hier nicht Am Ofen Ja, du meinst ganz hier unten, ne? Ja, am Ofen Dach, da... da ist es... ist übersehen So, ähm... ach ja... Ach ja... Ja, das ist es... Die sind nicht so schnell, oder? Ich bin so schnell, oder? Ja, ich bin so schnell, ich bin so schnell... Ich bin so schnell, ich bin so schnell Ich hab mal in dem Labor neue Lampen eingebaut. Welche Lampen? Ah, das guckst du gleich an, guckst du gleich an. Ja, die sind schön hell. Wie hast du denn die gebaut? Mit Tankstein oder so? Äh, Titanium. Das sind, glaub ich, die Vorlesen gewesen. Ja, hab ich gesehen. Die sehen richtig gut aus. Jetzt müssen wir die ernsten Erze wieder ablegen. Und die Kohle zurück. Kohle, Kohle, Kohle. Dann kann ich das Inventar erstmal wieder ausleeren und mich an neue Sachen kümmern. Ich brauch noch einen, verdammt. Guck. Guck. Das hat Small Stone Bricks ausgesammelt, ne? Ja. Okay, ist auch schon alles voll. Was soll das denn? Ach, cool. Einen Wetterhahn haben wir ja auch. Wir haben mal richtig viel Scheiße. Die hat eigentlich alles nicht gebraucht, oder was? Gott. Wir hätten zu viel Scheiße. Aber die Nähmaschine müssen wir eigentlich noch woanders hin tun. Ich weiß nicht, wenn wir die ganze Zeit nur fürs Nähen die ganze Zeit hin und her laufen müssen. Ja, ja. Tudi fürs erste Mal hier kurz herunter ins Lager. Wo packe ich denn jetzt die Treppen hin? Ich packe die oben zum Hals mit dabei. Den Garten würde ich sogar oben mit drauf bauen. Hier hinten irgendwo. Den was? Ich wollte noch so einen Garten bauen. Okay. Einen Garten, eventuell mit Wintergarten. Dann würde ich jetzt so machen, dass ich den Wintergarten hier oben drauf baue. Über dem Lager. Mit dem Übergang dann zum kleineren Garten. Ich muss mir ganz kurz um ein Problem kommen. Okay. Ach ja, die Bahn wollten wir ja auch noch machen, ne? Ja, das machen wir demnächst, ey. Das ist... Also wir müssen hier nicht unbedingt eine Bahn durchbauen. Das kannst du, glaub ich, eh nicht mehr wie den ganzen einzelnen Teilen, die überall hier oben stehen. Ja. Das ist auch unnötig. Brauchen wir nicht. Die bauen wir anders hin. Die bauen wir oben beim Tor. Aber trotzdem wollte ich testen, wie das ist mit dem runterfahren. Ob das geht mit dem Haken. Ja. 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 Okay. Du kriegst immer noch. Ich weiß, es kommt mir gerade ein paar Sachen. Was ist das denn? Ach cool, jetzt habe ich Licht. Yay, Regen. Ach cool, guck mal. Jetzt musst du diesen Alien Drink machen. Nein, okay. Ich glaube, ihr geht hier nicht. Ich gehe mit mir raus und Perdue, das ist das so schön. Ich nehme auf. Ich nehme auf. Oh nein, ich nehme ab. das geht was geht du kannst gerade runter ohne Schaden zu bekommen ok hier kannst du hier oben gerne mal sehen wenn du das möchtest na klar ach das Alien Fruit ja die Alien Fruit musst du nehmen und dann kannst du hier so einen Drink machen oh 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 So, man hält denn dieser, dieser Trank weg, irgendwie nervt das doch auch jetzt alles. Ja, ist kein Problem. Das ist kein Problem. Ich wollte nur noch mal testen, ob es auch ohne dieses Leichtigkeitsding ist, ob du hier Problem es runter kannst, ohne Schaden, mit der das geht. Du hast hier immer noch einen linierenden Fleck übersehen, ne? Weißt du, ich habe das übersehen oder vielleicht extra gemacht? Ich würde mal sagen, übersehen. Du bist nur hin. Du warst mich einfach, wenn du das fehlen tust. Ne, ich habe ja gesehen, dass du raus bist, aber wo willst du hin? Denn du warst doch gerade im Klack-Avent. Ja, ja. Ja, warum glaubst du, dass man keinen Schaden nimmt? Ich dachte, wenn du halt diese Kurve hast, dass es vielleicht irgendwie einen Schaden haben könnte, von der Physik her. Ne, nicht durch die Kurve, aber wenn du auf den Boden aufkommst, vielleicht. Du bist jetzt komplett durchgebrettert. Ja. 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 Fast jetzt wieder zurück geschafft. Ja. Jetzt fast zurück geschafft, ne? Ja. Ja. Ähm. Das würde mich etwas anders interessieren. Wie ist es hier? Wie kommst du mit denen hier auch durch? Ich will was testen. Ich will was testen. Du stehst. Warte. So. Oh ne, jetzt geht das auch nicht. Ich seh. Nein. Geht das oder geht das nicht? Puhl. Ich hab schon wieder aufgenommen, oder? Ich hab's dir gegeben. Ich hab's dir gegeben. Ne, ist hier zu niedrig. Schade. Ich wollte mich wissen, ob du jetzt hier durchfallen würdest oder ob du direkt da landest. Na, da war. Wir könnten jetzt schon ernten. Das ist geil. Halt's ob. Ich komm mal rüber. Ich ernte schon, hallo? Geh weg, geh weg, geh weg. Ich will nur mal gucken. Ah, die Kartoffeln sind noch nicht fertig, aber... Boah. Die Karaten sind schon fertig. So schnell geht das. Ja. Was man hier machen könnte in der mittleren Etage, wo da was frei ist, dass wenn wir mit dieser Bahn arbeiten, dass du da unten reinfahren kannst von außen. Ja. So was könnte man machen, so als kleinen Bahnhof praktisch. Und am Ende dann auch noch so einen Teleporter einfahren. Also haben wir dann da praktisch so einen Ankunftsraum, wenn wir mal hier so eine... mit dem Ding durch die Gegend fahren, mit dem Haken und dem Teleporter. Komm, da meinst du, das geht eigentlich. Schild die übliche... Die übliche Frage... Mit welchem Material? Man muss doch, wie wir bald wieder meinen, ne? Ja. Trotzdem, woraus Bormel sich jetzt zehn Wochen? Oh. Hmm. Lass es dir schmecken. Wuhu. Hey, da fällt der Wasser runter. Wo? Ne, den, den, den Tunnel runter. Achso. Oh. Ich wollte jetzt runterfallen, aber ich kann nicht richtig... Das ist eine komische Wischung mit dem Ehegebräu und das verfallende Wasser. Der Lambsack ist eigentlich ziemlich krass. Ich kann es mir nicht so gut vorstellen. Oh, es wird immer tiefer, ne? Alter, wie... Alter, spring mal runter, wie tief jetzt das Wasser ist, ey. Da kann er gar nicht mehr richtig tief fallen. Da schon, aber... Guck mal runter. Gleich. Jetzt. Nein, später. Nein. Doch. Am letzten Mal, als ich das gemacht habe, ist einiges schiefgegangen. Ja. Wer war schuld? Du. Ja, klar. Ich habe wieder wieder versucht, die Schuld auf mich zu schieben. Das ist einfach... Ich bin Mario, weißt du? Noch nicht. gigarme ist glücklich. D amazed die mantle... Also. Klein mit seiner wahrscheinlich hochzuhören. Aber ich werde hier beim倒en. Wereili. Joler ist eine đâu, wenn dasilyn? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020